Ah, freu ich nicht. Bleib doch mal hier. Hier, friss einfach das. Siehst du das? Siehst du mal eigentlich zwei Waffen von mir? Ja. Nice. Siehst du. So, jetzt kriegen wir ein bisschen Munition umsonst. Ich bin mir hier auch. Was denn? Oh, Yolo. Ich sehe schon, dass ich dahin und dann aber nö, rennt er mich weg rein. Oh, ich hab was gehört. Pisser, komm da. Wow. Tschüss. Ab in die Luft mit dir. Boah, wie gut ich schaue, ich mache. Hi. So ist man hier, warum haust du ab, mein Freund? Oh, so billige Schilde, ne? Eridium. Jawohl, jetzt fängt es wieder an. Die Suchtsammlerei. Aber jeder bekommt ja eins, das ist schon mal geil. Ja. Und jeder kann unterschiedlich handeln damit. Ja, ja, ich habe ein Stück Eridium gefunden. Ich weiß. Catch you right. Da sind wir Läden. Ne, ne, oh, die Fetten sind wieder da. Bin wieder gesch... Aber ne, nicht reingehen. Ich war ja noch nicht drin. Ich besorgte mir eine Unterhaltung hier. Schießt schon wieder. Ich besorgte mir doch eine Unterhaltung hier. Ja. Ich dachte, ich war zum Club offen. Ja. Ich bin bekloppt da durch die Gegend. Ne? Würde ich nie machen. Nein, du noch nicht. Ich bin bekloppt da durch die Gegend. verpasst ja kommt nicht vielleicht mal von hinten vielleicht hat gleich der nutzung also ich sag nein wir gehen nicht ein oder ich stehe doch noch nicht ok jedoch zurück und jetzt warum jollo mach ich einfach hier wenn du dich zum kaufen ganz dann holst du dir wie auch Affe dann loot ich nämlich die Kiste hier hinten weißt du du bist nur frechheit von dir ich rot zieh die 90% weg und du holst einfach den guten Loot wieder hier hinten komm her ne doch ich geh erstmal hier hin beweg deinen Arsch hier erstmal Munition holen was haben wir denn schönes das hast du denn schon wieder gelootet 31er schaden ich hab nix gelootet ich tu nicht hier fehlt doch schon was hier fehlen doch schon wieder zwei Waffen nein sag ich doch egal die nehm ich mit und verkauf die ist bestimmt schlecht das sind genau diese gleiche scheiße hier ehrlich und die hier ich dachte mir so zwei hat mehr hat mehr Lade ne aber trotzdem ist die Kacke ja die muss einem gefallen oh 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 Centus ja hab ich oh das kam unerwartet das hat schon gekitzelt ja das ist schrecklich wenn man krank ist und aufnehmen möchte oder sozusagen schon fast will ja ich kenn das aber hätten wir jetzt untergebrochen oder gar nicht aufgenommen da wärs alles meine schuld gewesen mhm willst du jetzt diese komische Feuerwaffe von dem äh Flint ne kannst weg die ist kacke kann ich nicht gebrauchen mhm die brauche ich auch nicht das ist immer beschissen mit zwei Kugeln vor allem liegt die schönen Schnee nach also ich als erstes auf jeden Fall kaufe das Rucksack voll machen auch hier gibt's Munition alle Munition ist bei mir voll aber kurz beim snipen beim Snipernachladen oh da gab's dann alles alles hoch ja für mich nicht verkaufen catch a white warte mal jeder einen ne oder was denn catch a white ja aber wir können erstmal das Lager ausräumen ne ne das Lager das ist eigentlich Ende da drin ich weiß da geht's ja noch auf dieses rechts rum willst du ja machen wir das da erstmal fertig drin haben wir noch eine andere Quest zwischen drin kurz bevor du wieder weiter rennst ja ich mach gerade hier taktische Trefferschaden aber wann kann man denn wann macht man mehr Slot 2 was weil man kann ja bis zu vier Waffen ach soo muss ich hier mit Iridium kaufen so ah warte mal hier ist noch eine Mutti Kiste ich hab das Spiel nie wirklich durchgehabt ach soo ich hab ja bis Handsome Jack durchgespielt also bis zum Ende zweimal ja wir haben ja aufgenommen und dann wurde er unterbrochen und ich hatte auch keine Lust so alleine das weiter zu zocken hmmm ich glaube ach hier geht's gar nicht weiter ist doch schon leer alles ja ja das ist schon leer weil ich kenne erstmal gucken ob hier noch irgendwas liegt deswegen ach so ja es gab ja schon mal ein Lager da ging's noch rechts rum ja das killtas dann ging's weiter wie gesagt erstmal gucken ob hier irgendwo noch Loot liegt ja das wäre jetzt unwichtig gewesen ja ja so ein bisschen so ein bisschen ach ich krieg's so schnell genug zusammen sonst ein bisschen bei Spendung ja ach ja jetzt hast du das Fahrzeug wieder ne mhm aber nicht nicht autorisierter User auf meine Kühlerquellen versuchst du bei Catch a Ride zu hacken? nein uncool Bruder uncool verflucht verflucht oh sorry verflucht ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch a Ride Automaten er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig aber mit Autos kennt er sich aus er hat die Station gesperrt damit Banditen sie nicht benutzen können aber ich registriere einen inaktiven Hyperion Bot im Camp der Bloodshots wenn du seinen Interface Adapter an das Catch a Ride anschließen kannst hecke ich die Station und besorge dir ein Gefährt hm hm jetzt muss mir da wieder wieder rein ja wenn da Gegner drin sind ja wenn da Gegner drin sind aber ich glaube er weniger hm hm glaub ich auch wir alle schon ausgelöscht haben da ist es ach da 1 2 ja macht sie schon aber du kannst ja auch selber schießen deswegen konnte man auch Einzelplayer mal geil spielen wie weit hast du denn gespielt? bis hier hin? nein weiter so bis zur Stadt glaub ich war das ah dann wirds noch richtig geil danke Schnecke danke Schnecke haha so hau rein achso ah sagt er zumindest sagt er zumindest dass du auchs benutzt hm hm ich kann nicht zugreifen achso ok mal gucken was ich momentan für Waffen nehme ich glaube hm ich tausche es mal ich tausche es mal die ging die aus aber ich brauche auf jeden Fall einen dritten Waffenslot 4 ist erstmal relativ 3 sind gut ah da kommt ein Fahrzeug da kommt ein Fahrzeug ein echter Charmeur solltest du jetzt an jeder Casual Station ein Fahrzeug besorgen können jetzt nimm dir eins und spring über die Schlucht ja ja hast du die Steuerung noch von den Dingern ne ja die sind so komisch aber ich bin mal geraten wie bist du schon aufgehauen? du bist runtergefallen ne ich nehm das pink ohne Witz wo ist das? ich sag ja ich hasse die Steuerung von den Dingern Kaugummi besonders weil du mit der Maus lenkst hm ich laber doch scheiße und tschüss wieder runtergefallen ich gehe mit F-Boost alles klar bist du rüben? na ja für mich ist das nix neues ernsthaft druck F wieso F? wieso F? das boost du machst noch nen Unfall gleich ne? du machst gerne nen Unfall du weißt mit Maus ich hasse das um ne Maus zu lenken ooooooh hey Pfff Centos ey das ist nicht deins ne ist es auch nicht mit den Fahrzeugen ne ist es auch nicht mit den Fahrzeugen deswegen haben wir meistens so gemacht dass einer gelenkt hat dabei ok ich sehe jetzt schon dass ich bald immer die Fahrzeuge fahren werde ha 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 und ich hab's immer oben drauf getroffen wo bist du? schon vorgefahren na ja so ich hab hier gerade nervige Gegner so du kannst ja auch überfahren ja ja naja steht auch hui ich hab mich einmal gedreht boah ich hatte die Fahrzeuge ehrlich ich steig mal aus ich steig mal aus ich steig bei dir mit ein komm warte na komm Yolo hallo ne ich mach irgendwie mach ich das lieber so naaa er düst hier erstmal durch ich kriege halt dich hast lucky naja Hähäähääääää Hähäähäää Warte ich nicht und Yolo Gegner pass auf die Welcome Hayahää Hähäääääääääääääää Du hast dich in meiner Schau gebeten! Ne, hilft nicht. Du da hinten auch nicht. Ja. So. Das kann ich nicht ausstehen gegen... Ganz normal auf E. Ach so, ja, ich hab jetzt C-Gelück oder Cs gewechseln. YOLO, so fährt man! Ja. Was ist los mit dir, Centos? Was denn? Wenn ich das mehrmals drauf hab mit der Maus, weil sonst hab ich mit Controller gespielt, dann geht das noch besser ab. Ähm, was ist denn das? Ist so schlecht. Hm, ach spinnte. Mit. Oh! Besser aus dem Schild, aber ne scheiß Ladegeschwindigkeit. Hm, jam jam jam. Ah, zwei Seis. Nicht wahr. Geh nach Centauri. Sollen wir da hingehen? Jo. Dann, let's go! Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick. Roland wird mit dir reden. Ich werd ihn per Echo rufen. Ah, du bist also derjenige, von dem man so viel im Heter hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir blottern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauch ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Rhys nicht mit dem Energiekamm, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrecht zu erhalten, zurückgekehrt ist. Bring Rhys nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Heißt du nicht Wahis, Alter? Roland hat dich kontaktiert? Hm. Hör aus, was er sagt. Dort haben uns helfen, Jack zu besiegen. Kann er nicht. Wir haben alle schon damals versagt. Tunde nehmen wir wieder auf. Ja. Kennst du das eigentlich? Hast du Borderlands 1 gespielt? Eins? Ja. Das hab ich aber nicht gezockt wirklich. Ja, okay. Roland, Maja. Und die anderen beiden weiß ich nicht, wie die Namen sind. Die sind auch hier. All die alten Charakter. Hm. Die sind hier mit vorne. Ich glaub, das weiß ich sogar, dass sie fahren sind. Ja, ich mein nur. Ne, warte. Oh. Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, wo genau lang. Wir probieren's einfach mal. Ich versuch mein Glück. Naja. Ich glaub, das ist sogar richtig. Ey, ich weiß jetzt nicht. Ja, das ist auch. Ach, ja, ja. Okay. Es ist gut, dass ich auch Vokale zugreifen kann, wenn du fährst. Ah, ihr Arschwecker? Ey, ich wollte ihn überfahren, ne? Lass mich mal überfahren. Naja. Bam. Fein, Junge. Brav gemacht. Oder Lachimus. Weiß er nicht. Hahaha.